Spülfortschritt, der sich gewaschen hat. Die neue MyClean H von Maiko. Wohin mit dem Bediendisplay? Nun, einfach dahin, wo es für Sie am besten passt. Links oder rechts an der Maschine, höher oder tiefer oder direkt an der Wand. Einfach immer auf Augenhöhe. Die MyClean H ist flexibel, damit Sie leichter und einfacher spülen können. Denn das heißt für uns modernes ergonomisches Spülen, flüssig und reibungslos arbeiten und die Bedienelemente immer im Blick mit intuitiv verständlichen Signalen. Perfekt. MyClean. The Clean Solution. Das heißt für uns modernes plunger. Das heißt für uns modernen